Zwar konnten Fürstin Sylvanas und ihre Verlassenen endlich Rache an ihrem Feind, dem Lichtkönig, üben, doch ihr finsterer Kreuzzug in Nordend hatte seinen Preis. Die perfide Seuche, die der Verräter Putress bei der Schlacht an der Pforte des Zorns entfesselte, verbreitete sowohl in den Reihen der Allianz als auch in denen der Horde Tod und Verderben. Ohne Sylvanas Wissen hatten Putress und der Dämon Varimatras die Kontrolle über Unterstadt übernommen. Letztlich wurden die Verlassenen fälschlicherweise der Gräuel dieser Verräter bezichtigt. Obwohl Unterstadt schließlich zurückerobert wurde, wird Sylvanas und ihrem Gefolge noch immer Putress' Verrat angelastet. Um das Vertrauen der Horde zu gewinnen, müssen sich die Verlassenen vom Vorwurf des Verrats befreien und beweisen, dass sie für die Ziele der Horde einstehen. Zu diesem Zweck hat Sylvanas die Verteidigungsanlagen in Tieresfall verstärkt und ihr Heer von Untoten auf jeden Notfall vorbereitet. Als einer der Verlassenen müsst ihr Liste und Ruchlosigkeit nutzen, um jeden, der Sylvanas Herrschaft bedroht, aus dem Weg zu räumen. Ganz gleich ob lebend, untot oder anderes. Also, das ist die Verlust des 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 Vielen Dank.